Falsch aber lustig. Falsch aber lustig, Staffel 1 bis 4 geil fand. Der wird auch Staffel 5 geil fand. Nerv nix! Boah, ihr riecht's ja wie ein Puma-Käfe, ey! Ja, geil! Schlimmer als jeder U-Porn-Dreh, ey, wirklich! Okay, let's start the battle! Es ist die geilste Saison in der Welt, da muss ich gar nicht überlegen! Wieder mit Till Reiners, wieder mit Phyllis Taschtern, ich sowieso dabei. Außerdem diese ganzen Menschen. Und immer noch geil! Mia Till! Da hast du mich gefickt. Das geht jetzt so weit! Liebe Grüße aus dem Knast. Pimmel, 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 tippen, geil. Das war so unangenehm für uns alle! Wieder mehr im Hotelzimmer. Empfiehlt eurem Freund und glasst ne gute Rezensionen da. Diesmal wieder 13 Folgen, wenn ihr keine verpassen wollt, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke. Jetzt klicken, es muss schnell gehen, jetzt zackig. Einschalten, einschalten, Leute. Ja, kommentiert auch fleißig. Aber nur nette Sachen. Und teilt das auch gern meinem Familienchef.